Hallo Büros, diesmal präsentiere ich euch die Keller Iron Man oder auch Evil Eyes. Das ist eine Batterie im Kaliber 25 mm mit einer Brenndauer von fast 100 Sekunden. Sie beginnt mit einer Fontäne und wechselt später zu knackigen Höhen-Effekten, die wirklich gut aussehen. Die Batterie gibt es für ungefähr 20 Euro im Handel zu kaufen und nach dem Video könnt ihr sie sogar gewinnen. Also ganz viel Spaß. Im Klausel so pyrus und hier haben wir das gute stück der firma keller die könnt ihr jetzt gewinnen allerdings muss ich euch sagen das ist nur ein dammi also die batterie ist nicht mit effektsatz gefüllt das ist einfach nur ein ausstellungsstück aus so einem showroom beziehungsweise dafür halt gedacht als ausstellungsstück ist nicht gefüllt aber ansonsten total originalgetreu hat auch originales gewicht also die wiegt ein bisschen was ja und ihr könnt ihr gewinnen wie ganz einfach ihr seid einfach abonnenten eines kanals gibt diesem video natürlich ein daumen nach oben und schreibt mir in die kommentare warum ihr abonnent seit und was er an meinem kanal mögt ja ich hoffe natürlich unter den kommentaren steht nicht nur ja ich möchte eigentlich nur gerne gewinnen sondern ja einfach dass es doch ein paar leutchen gibt die gerne meinen content verfolgen aber das werdet ihr mir verraten alles weitere schreibe ich euch in die beschreibung und wünsche auf jeden fall ganz viel spaß dabei abonnenten